Hallo, Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Walder Bärchen. Hier seht ihr viele bunte Videos. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich fahre in die Stadt zu Robby, da ist schon wieder so ein Coronavirus. Mann, der fährt ganz schön schnell. Hoffentlich geht das gut. Über ein Abo oder einen Daumen hoch, da würde ich mich freuen. Der ist schnell. Den überholen wir noch, der mit seiner Alarmekiste. Oh, was ist das denn? Ein Tankwagen? Mann, der ist ja groß. Mann, was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Also das ging ja beinahe in die Hose. Hm. Die Chemiebombe. Die Chemiebombe. Was war das denn jetzt? Der hat uns doch eben gerammt. Also was sind das für Autofahrer? Die passen ja gar nicht auf. Die fahren wie die Idioten. Und dann ist der auch noch weiter gefahren. Jetzt ab nach Hause. Das hast du wieder super gemacht, Robby. Einfach klasse. Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Maa Mat Ashley。 Sch själv. Tschüss, süß gut. icanal. Das ist nur ein Tag. Untertitelung des ZDF, 2020